Heute kochen wir auf unserer wunderbaren Elgrado-Bratpfanne mit einem Durchmesser von 24. Es hat die perfekte Größe für das Laxteak, das wir jetzt kochen werden. Beginnen wir mit dem Erhitzen unserer Pfanne. Stellen Sie etwa Stufe 7 ein. Sie sollte gut erhitzt sein. Wo liegt das Problem beim Braten von Laxteaks? Wir alle wünschen, dass es außen braun und innen leicht feucht ist. Und das ist mit normalem Kochgeschirr nur sehr schwer zu erreichen. Jetzt sehen Sie alles. Wir schneiden das Steak in zwei Hälften. Ich schneide den Fisch, lege ihn auf ein schönes Becken, salze, pfeffere noch etwas und verwende den Pfeffer dann hauptsächlich auf dem fertigen Fisch. Wir brauchen wieder Olivenöl. Es ist nicht dafür, dass es nicht anbrennt, so schmeckt es einfach besser. Wir legen unseren Fisch auf die Seite. Und schließen den Deckel. Aber ich habe noch kein Kochgeschirr gesehen, auf das Lachs mit dem Deckel gebraten werden kann. Das heißt, das ist der Grilleffekt. Gucken Sie mal, da ist der Deckel. Also nehme ich den Deckel ab, und da habe ich bloß Öl und Fisch und null Wasser, keine Spuren von Kochen und Schmoren. Schauen Sie sich an, wie es aussieht. Was für eine tolle Farbe, richtige Magie.